Im Januar reichte der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess eine kleine Anfrage zum Thema Angriffe auf Parteien ein. Im Mai wurde diese kleine Anfrage von vielen Medien zitiert. Man nutzte die Anfrage, um zu zeigen, dass sich Gewalt vor allem gegen die AfD richtet. Hier ist eine Übersicht über die Berichterstattung. News zeigte die kleine Anfrage des Abgeordneten Martin Hess sogar in einem Video und ging auf die Zahlen näher ein. AfD wirkt AfD